Ich finde dich schon. Verfütter den an die Hunde! Nein! Scheiße, scheiße, scheiße. Ich wollte kein Chaos anrichten, Mann. Ich verschwinde. Vergiss es, ich verschwinde. Ich auch. Nice. Damn it! Damn it, damn it, damn it, damn it, damn it, damn it. Hey, wir wollen doch kein Chaos anrichten. Chaos, angerichtet. Missetat begangen. Komm ich da so hoch? Nee, anscheinend nicht. Ich kann mal schauen, ob ich hier irgendwie anders weiterkomme. Ich werde nicht finden, du Hexenfisch. Kann ich hier echt nicht hoch? Doch, hier so ein bisschen. Eine äußerst ungemütliche Stelle, gebe ich ehrlich zu. Nee. So komme ich hier nicht hoch. Ich bin jetzt tatsächlich hochgekommen. Heilige Scheiße. Da stehen Leute. Seht nach einem Herumtreiber aus. Ey, Kollege, ich erwarte gerade deinen Kollegen neben dir. Tja, wir sind heute so aufmerksam. Das fällt schon gar nicht mehr auf. Hat da jemand wohl seinen Kaffee nicht getrunken? Jetzt würde sowas nicht passieren. Ja, Sir, von und zu untere Wache. Und Stabwache. Pfahlöltanks. Das ist zu Freisen. Bis Pistilmün... Pistilmunition. Ja, das ist nice. So, jetzt müssen wir mal ganz nach oben kommen. Das Ding zwei anlagen. Ne, das ist zum Manipulieren erscheint. Wir sind aggressiv! Und blutig. Sehr blutig. Geh ich direkt im Weg oder geh ich nicht? Geh den cooleren Weg. Der ist wirklich cooler, um allen Dingen ist. Baaah. Das ist heiß. Ey, du, Alter. Ich glaube, wir haben ein verdammt großes Problem. Oh mein Gott, ich brenne! Oh, rum zu Japan! Du Pussy! Beide Schlösel! Habe ich eigentlich Artefakte in der hier? Und das Ganze da hinten, ja? Denn ansonsten habe ich nichts hier. Ah! Mit Treppe? Leben, Leben, Leben. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach so, ja. Ganz easy. Easy going, Bro! Da habe ich anscheinend keinen Gegner mehr. Yes! So, jetzt haben wir dieses Stück Mission schon mal erledigt. Jetzt müssen wir wohl Sokolov entführen, endlich. Findon betritt Sokolovs Wohnung. Ich habe wie viele Runen? Drei Runen. Ich könnte mir den Windstoß holen. Oder die Zeitverlangsamung. Oh, der Windstoß! Und haben wir was Neues hier? Na? Upsi. Das wollte ich aber jetzt nicht, ne? Das sind irgendwo Leute. Auf, auf, nein! Hey, was war denn? Das war nichts. Oh, jetzt suchen sie doch mir. Wie niedlich. Oh Gott, bitte lass das keine Schnapsidee sein. Ist ne Schnapsidee, ich kann da nicht drauf. Ich mach mal Lieberfate. Lieberfate, Lieberfate, Lieberfate. Wir springen dann einfach hinunter. Ah! Flucht. Immer eine Möglichkeit. Auf zu pfeifen, das macht mich nervös. Ohne... Ne, sonst haben wir keine Runen mehr hier. Ich muss auch nicht alle Runen holen. Okay. Oh, Gents. Nichts. Gar nichts. Alles ist ganz okay. Wer hat das, wer hat das gesagt? Hier oben. Das sind ja Menschen. Immer gut. Geh einfach mal durch die Vorderaktür. Ach, noch ein... Ja, zwei Sachen. Die Rune ist gleich hier. Ja, das ist nice. Sehr schön. Rune! Komm, Gesundheit nehmen und... ...happy sein. Der könnte mich sehen. Ja, ich kann auf die Dinger drauf. Sehr schön. Es ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, die ich jemals hatte. Okay, und haben wir dort vorne. Jetzt habe ich an fast alles gedacht. Nur nicht, wie ich hier vorbeikomme. Scheiße. Ist ja nicht so, dass ich hier voll offensichtlich oder so stehe. Oh nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh! Arschlöcher! Ihr köfft mich alle mal. Am Arschlecken. Richtig deftig. Mit einer richtigen Prise Salz. Genau, Handy. Nachtsicht. Ach, dort oben drinnen. So. Mana. Auch abschalten. Und das ist da vorne, okay. Ist das denn jetzt auch endlich entfernt? Und damit haben wir es fast geschafft. Da ist eine weinende Frau. Oh. Oh. Ja. Das ist bestimmt auch das Artefakt drin, oder? Ja, natürlich. Da kommen wir aber sicherlich von oben aus rein. Hier ist nichts. Ich kann auch mal wieder meine Nachtsicht anwachen. Und sehe ich ja schon, wo was drin ist. Irgendwie sagen, ich finde, das ist das praktischste Feature überhaupt, was ich bisher hier bekommen habe im Spiel. Dass ich wirklich sehen kann, wo ich Objekte finde. Halten Sie irgendwie die Ratten von mir fern, damit ich raus kann. Bitte kümmern Sie sich um die Ratten. Soll ich das? Ich weiß nicht. Na ja, okay. Sieht noch normal aus. Ja, ich versuche mir irgendwie die Ratten fern zu halten. Nur wie? Wo sind denn die lieben Ratten? Und wo ist da vorne das Artefakt? Bitte kümmern Sie sich um die Ratten. Wir können auch wieder die Ratten. Nein, 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 nein. Ja, auf zum Merkern, die Ratten. Okay. Tagebuch, bla bla. Knochenratter Fakt. Rattengeruch? Ratten greifen dich nur an, wenn du dich in ihrer unmittelbaren Nähe aufhältst. Wenn ich das nötig hätte. Ich werde jetzt einfach vergewaltigen, die Ratten. Ja, die Ratten sind weg. Danke für die Hilfe. Gerne. Ich dachte, ich wäre sicher. Aber da waren Ratten. So viele Ratten. Das ganze Lagerhaus verseucht. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben. Aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist. Und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Es sah aus wie aus Knochen. Aber jetzt ist der Tod. So wie alle anderen von hier. Und jetzt kriege ich nichts oder so? Ich habe dich gerade gerettet, du Schlampe. Mutter. Und hier ist sicherlich auch nichts mehr. Nein, nichts mehr soweit. Okay, ich laufe den langen Weg nach oben. Meine Güte, meine Güte. Und jetzt? Jetzt bist du auch tot. Bitte hören Sie damit auf. Okay, nicht töten. Beruhigen. Zum nördlichen Ende. Huhuhu. Ein Artefakt. Und ein Knochenart. Also ein Rune, ein Knochenartefakt. Dort ist mein erster Eingang. Ja, hier ist nichts drinne. Außer dich, kleines schönes Stück. Nee, ich muss von oben rein. Irgendwie. Was ist das denn für ein Symbol? Ja, das ist die Knochenartefakt. Na. Okay, da komme ich sicherlich von... Nee, von dort bin ich ja gerade reingekommen. Oh Mann. Ja, nein. Ja, nein.